Hallo meine Lieben, und zwar, ich habe schon wieder ein Gewinnspiel gewonnen. Und zwar diesmal von der Melanie. Die Melanie hatte ein Gewinnspiel gemacht und ich hatte den dritten Preis gewonnen. Und zwar habe ich diesen süßen Oktopus gewonnen. Mit Schleife, denn hier ist noch eine große Schleife. Und ein pinkes Handy-Anhänger. Der ist wirklich sehr süß und klein. Besonders die Augen finde ich schön. Dann war der in so einer Folie mit so schönen Blumen. Und dann noch so ein schöner Brief, auch so mit ganz schönem Papier. Ja, und das wollte ich euch nur zeigen. Vielen Dank fürs Ansehen. Bis dann. Ciao.